Bis jetzt sieht das Haus so aus. Wir haben neue Fliegengitter. Es ist hier oben komplett gestrichen worden. An jedem Fenster sind diese Rollo-Fliegengitter gemacht worden. Der oberen Bereich ist komplett gestrichen worden. Jetzt wird gerade unten noch fertig gemacht. Oben ist noch gemacht worden. Wobei man das sehen kann. Dann ist noch ein Graben gemacht worden. Dann ist das Tor gemacht worden. Dann ist hier alles weiß gestrichen worden. Die Mordern ist auch nicht ein. Dann ist hier unten ein Lager gemacht worden. Dann wird das jetzt gerade hier alles verputzt. Hier sieht man schön, dass es weiß ist. Dann haben wir den ganzen Müll, den der vorher war, wegmachen lassen. Ein Bulldozer. Hier haben wir alles fertig machen lassen. Jetzt müssen wir die Fenster raus machen. Jetzt werden auch noch die Fenster wieder eingesetzt, nachdem alles weiß gemacht worden ist. Da kommen Eisengitter dran. Das ganze Haus wird rundherum komplett verputzt. Jetzt fehlen aber auch noch diese Wasserbohre, die hier gemacht werden müssen. So sieht das jetzt hier alles aus. Hier müssen auch noch Wasserbohre drangemacht werden. Wie gesagt, Fenster müssen auch noch eingesetzt werden. Wieder Eisen wird eingesetzt, Tor wird eingesetzt. Da haben wir auch das ganze Eisen, was dann zum Sichern des Hauses gemacht wird. Da ist das Tor, was hier vorne dran kommt. Hier wird komplett zugemacht. Da kommen die Fenster wieder rein. Ein Fenster wird mit Holz komplett zugemacht, wenn uns ein Fenster fehlt. Das ist der Stand der Dinge. Am 12. Was haben wir denn jetzt? Am 8. 2016. Und jetzt sieht man auch noch das ganze Haus, wie es komplett jetzt aussieht von außen. Der Rand ist gemacht worden, alles ist gemacht worden. Das ist gemacht worden. So sieht das jetzt mal auch nicht aus. Das ist jetzt mal auch nicht aus. Wach! Wach, wach! Wach, wach! Wach!